So weit, mit dem Flash! Mit Centus! Und ich bin schon wieder runtergefallen. Ja? Ja. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh nein, ich rutsche da runter. Ich müsste... ... die Einstellung noch mal ordentlich machen kurz. Boah, alter Schwede, hasse ich das Level. Geh ich aber Key setzen noch mal ganz durch. Ahahaha. Dipp, dip, 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 dip. So. Das wird ja auch nicht schwerer. Was? 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 Was hat er da in der Sarcise angesetzt? Tee und keine Ahnung was. Hm? Auch gut. Laden! Nein, ich bin gegen den Bock gesprungen. Ähm... Ups. Ja, ich müsste das vielleicht auf den Ohren geraten. Das ist normal. Du bestimmt noch die Einstellung, die noch nicht richtig drin ist... Ah. Autsch. Ha, 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 ha. Ach, ha, 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 ha. Ich bin trotzdem immer noch in dieser Scheichstelle. Meinst du, wo ich grad bin? Ich bin nur beim Safe. Ja, ist mir doch egal. So weit wie du bin ich ja noch gar nicht. Oh. Ich springe immer gegen den Block. Ich weiß auch nicht warum. Oh! Nein! Okay. Jetzt ernsthaft spielen. Hör! Verdammt. Hätte er klappen können. Oh, hätte er klappen können. Ja, aber bei Emero sah das viel zu einfach aus. Oh, hätte er klappen können. Hätte er klappen können. Hätte er klappen können. Ja, aber bei Emero sah das viel zu einfach aus. Hätte er wieder klappen können. Wenn ich vielleicht fünf Sekunden... Ach. Eher runterfallen würde. Ich weiß. Oh. Ich rutsche entweder runter oder fliegt vorher schon wieder runter. Was doch drauf! Weil mir klappt das einfach nicht. Ich würde hier an den Level verzweifeln, das war sie jetzt schon. Ah, es wird lustig am Ende. Nein! Ich war drauf und konnte nicht weiterspringen. Ja. Und ich trotzdem nicht solche Level hasse, ne? Ich mag das Level. Das ist so einfach gestrickt. Das ist nicht so hässlich. Ne? Ist klar, vielleicht. Das hast du schon wieder genommen. Weiß ich nicht. Ich bin heute nett. Nett zu allem. Ja, ja. Alles klar. Du. Ausgerechnet du. Ja. Hallo, wer sonst? Verdammt. Mann! Kack. Ich habe nix gesagt. Ich beruhige mich einfach wieder bei diesem Spiel. Fuck! Na. Bin weiter gekommen jetzt schon. Aber bin voll auf die Pflanzen gesprungen. ja keine konzentration das war auch keine konzentration wieso wieso ich bin drauf gekommen ich will offen dass du die uhr im blick hast ich hatte sie nicht im blick nein ich doch nicht wie kommt der junge nein ja das wissen wir centos ich mein dich ja damit zu blöd auf diesen block zu schmieren na komm ey verlass mich doch mein glück heute behindert du kannst du behindert ist das geht nicht anders kann man auch nur wenn du dich gemütlich hinsetzt klappt das auch nicht naja zumindest bei doggie kong hat es geklappt dass ich das level in ruhe geschafft habe in ruhe wieso komme ich jetzt da nicht mehr hoch ich hab doch irgendwie schafft ich weiß nicht wo bist du denn äh pilze ach immer noch ja ich dachte da wärst du schon weg nein noch lange okay ich hab's irgendwann raus ich hab das ja schon so weit dass ich auf die pilze aufkomme dann springe ich immer noch in die pflanzen rein ja das ist blöd also dass der pilz weit genug oben ist ne das war zu hoch ja wenn du da nicht gespeichert hast das leichtes problem auf dem auf dem nach oben gehend oder nach dem unteren gehend ach mach deine oma also auf dem linken hä wie kommst du denn da drauf weiß ich nicht labert schon was bist du nein ähm wie gesagt ich hab's geschafft ne ah bis weiter aber nicht gespeichert oder so klar ich bin ja komm schon jetzt hab ich vergessen zu springen mann du notte du hast doch nicht grad ernsthaft notte gesagt wo du schnell sein musst dann warten wir ab bis es dann halt später kommt wie was bist du ach ja du bist da ich bin schon beim safe mit den nummern plattform deine oma ne das lag an meiner beherrschung in diesem spiel einmal hm ich hab mich halt mal beherrscht in diesem spiel ich dachte so konzentriert man sich so ein bisschen auf das spiel fällt nicht immer runter wie gerade eben fuck sagt nicht immer schimpfwörter vielleicht vergibt dann gott ein nicht na komm schon soll das nicht funktionieren das weiß ich nicht na freu mich mal auf die kamera mitte finger ne aber du mich auch zeichnet hast du deinen da gelassen schönen grüß zurück ne hab ich eben nicht ah ja wenn du das schon saß dann hast du dein eben nicht ehrlich ja aber ich hätte sie eben ne ich kenn nicht zu gut dafür nein eben hab ich es wirklich nicht gut sag gesicht hm vielleicht speicher ich einmal hier ab ich muss aber wenn ich in meine aufnahmen reinguck ne beim schneiden ja das ich denk auch nur wdf ja was für gesichtsbratze das du da wieder veranstaltet hahaha ja das geht manchmal auch so von ganz alleine gesichtbratze hahaha ich bin weiter haha jetzt kann erstmal hier den saven und vielleicht den auch noch fehlt das timing noch grad bei der scheiße vielleicht da noch haha hui fuck ha ich glaub hier fehlt bei mir alles gerade ich hab da drauf springen anstatt von das zu fallen ja deine mutter ist gefährlich hier ist kacke das legen ah wart ab ne zwei plattformen das sieht doch noch lustiger mit den zahlen plattformen ja ich hab das schon gesehen nicht das ist nicht zu glauben na doch manchmal darf man das auch glauben nein doch fred stefan hat es nicht geglaubt ja der hat dein kommentar ja noch nicht mehr gelesen hat schon schlimm ne ja deswegen wusste er nicht dass du weiter bist als ich ja das ist natürlich blöd aber mein stuhl hat sich grad voll verrückt ist doch nicht wahr haha ja entweder sitzt du mit ne mit einer rolle hinten oder mit zwei und wenn du mit zwei sitzt sitzt du am besten aber ich hab jetzt grad nur eine gehabt also ist das so komisch wackelig gewesen du bist behindert manchmal ne ne ich muss mal die keys ändern dann oh das das